Hallo ihr Lieben! Herzlich Willkommen zu meiner Eisbacke Challenge! Dankeschön an meinen allerliebsten Tobi, der hat mich nämlich nominiert. Natürlich für den guten Zweck. Eigentlich ist die Geschichte ja so, wenn man spendet, dann muss man sich nicht mit Eiswasser übergießen lassen, aber ich spende natürlich trotzdem für die gute Sache, damit man weiter an der Krankheit ALS forschen kann. Der bekannte Physiker Stephen Hawkins hat diese Krankheit für alle, die sich da mal ein bisschen mehr informieren wollen. Und natürlich möchte ich jeden neuen Sport ausprobieren und lasse mich deshalb mal mit Eiswasser übergießen. Jetzt meine Nominierungen. Ich nominiere völlig unverfroren die Eiskönigin und damit den ganzen Disney-Konzern Bibi und Tina und Andreas Porani. Und damit ich keinen Hagelschaden am Kopf kriege, trage ich Helm. So, zur Feier des Tages haben wir von der Chefin den Sektküller bekommen. Das ist aber geil. Kannst du bitte nicht? Das ist aber geil. Ich hab das erst gehabt. Ja, ja. Ah! 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 Okay? Das war gar nicht so schlimm gewesen.